Wer ist abgehauen? Einer ist abgehauen, zwei haben wir bekommen noch. War das jetzt G-Auen? Genau, ja. Ja, ja. Warum sind wir jetzt gestorben? Da ist aber SOG auch noch irgendwo unterwegs, weil ich wurde von dem SOGler erschossen. Es ist immer das gleiche, der Fahrer überlebt als einziger. Ich brich ins Essen. So Jungs, hör doch mal zu, ich hab den Hemd. Ja, mach den platt. Da ist Holz drücken, oder? Er setzt sich so weit auf die Bank, so dass er rausfliegt. Du meinst du hast jetzt den Hemd geknackt? Ja. 2, 1, ich bin tot. Mann.